Stummfilmen? 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 Ja, Stummfilmen, hä? Hey! Kannst du jagen? Schmerzt du? Nein, man kommt nicht um mich, weil es verschwiegen ist. Bananenschale? Ja, Wahnsinn! Jetzt essen wir Gyros Peter! Ich esse meinen Gyros nur mit Pommes und Fleisch und Bitterheit. Haus aus meinem Land! Was? Alle meine 10, 10, 10 sind jetzt gebrochen. So Leute, also der Qualenstich jetzt. Es hat so gebrannt. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wie stark es gebrannt hat. Ich hatte noch nie so Stimmenschmerzen, wirklich. Ich würde mir hier lieber, keine Ahnung, 10.000 Spritzen geben lassen, statt nochmal diese Schmerzen zu haben. Aber nach einer Zeit, also es brennt immer noch. Es ist jetzt 3 Stunden circa vorbei. Und keine Ahnung, es brennt immer noch. Wir haben jetzt Essig draufgegeben und Fenestil selber. Es fühlt sich so an, als wäre irgendwas über meinen Fuß. So eine Art Schicht, keine Ahnung. Das brennt einfach ganz zu Fuß. Und das tut weh. Aber wir gehen jetzt essen. Wir lassen uns den Tag nicht vermiesen dadurch. Nein, nein, nein. Wir essen Ice Cream. Es war eine 10 von 10. So Leute. Heute geht es in einen echten Piraten-Shift. Yeah, yeah. Das war passend dazu. Ich bin ja auch ein Pirat. Super, oder? Wir fangen heute mit dem ganzen Tag ins Schiff. Ich finde mal, was wird. Dort wird gegrillt am Schiff auch. Also es gibt es dort auch. Und ja. Mal schauen, wie es wird. Und mein Fallenstich wird schon viel besser. Zum Glück. Gestern wurde mir noch schwindelig und schlecht. Aber jetzt, jetzt, jetzt geht's. Es ist gar nicht das Schiff. Sondern es ist eher das Schiff. Bruh. Jetzt können wir in der Zwischenzeit ins Wasser gehen. Und gleichzeitig werden die Spieße gemacht. Ich habe schon großen Hunger. Aber wir gehen jetzt zuerst noch ins Wasser. und es dauert eh noch mit den Spießen. Und jetzt für alle zu coolen Wasser, Sportsachen, Reifen oder was auch immer. Ich hoffe, ich kann nicht runter. Ich habe Angst. So Leute. Heute ist der letzte Abend. Wir gehen noch mal schön essen. Also Abendessen. Bis man ja auch fehlt. Ja. Es war sehr schön hier. Und let's go. Yum yum. Bis zum nächsten Mal. 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 Spiegel am Hackel. Kamera. Lustig sein. Aber nicht draufhüpfen. Nicht draufsetzen. Weißt du, was gründet ist das Team? Ja, ich weiß schon. Nein. Nein. Was will? Das Essen war wirklich sehr gut und die Aussicht auch mega. Aber es hat ein bisschen gestört, dass dauernd Wespen bei uns waren. Man konnte wirklich... Nein, man konnte gar nichts essen. Man kann nicht mehr davon... Man denkt nicht daran, dass so viele Wespen wirklich da sind. Es waren so viele Wespen einfach. Die Katzen haben mich nicht gestört. Ich wollte am liebsten einen mitnehmen. Aber ich darf nicht. Es regnet einfach. Also zum Glück fahren wir, aber es regnet draußen. Und ich werde Blasen machen.